Ihr kennt es vielleicht, wenn ein neues Handy auf den Markt kommt, sei es ein Samsung Galaxy S21 oder das neue iPhone. Die Preise sind echt hoch angesetzt vom Hersteller und ich habe mir jetzt mal überlegt, wann ist denn der ideale Zeitpunkt, so ein Gerät zu kaufen? Welche Gedanken gegen ich dabei nachverfolge, das könnt ihr gleich sehen. Viel Spaß! Auf der Suche nach dem idealen Kaufzeitpunkt kommt man zu einem Zwiespalt. Zum einen möchte man ja das Gerät möglichst günstig erwerben, sodass nachdem man es gekauft hat, der Preis nicht mehr allzu stark fällt und man dann eben sich denkt, hm, ich hätte doch noch Geld sparen können. Aber auf der anderen Seite möchte man auch nicht in die Verlegenheit kommen. Naja, zu sagen, okay, jetzt ist das Gerät ein Jahr auf dem Markt, jetzt gibt es eigentlich schon Nachfolger und ich hätte gerne Nachfolger. Dementsprechend gilt es hier, einen Kompromiss zu finden. Direkt als Vorwarnung, das Video könnte länger werden. Ich zeige euch, wie ich an die ganze Sache rangehe, indem ich mir einfach mal Preisverläufe von den Smartphones anschaue. Aber ich verlinke euch auch gleichzeitig, beziehungsweise mit einem Timestamp, das Fazit. Falls ihr euch das ganze Video nicht anschauen wollt, könnt ihr auch direkt zum Fazit springen. Wie komme ich jetzt überhaupt auf den Gedanken, mir den idealen Kaufzeitpunkt suchen zu wollen? Naja, ich habe mir 2019 das Samsung Galaxy S10e gekauft. Das kam gegen Februar, März 2019 raus. Und ich habe es mir dann so gegen Juni gekauft, allerdings gebraucht. Und da ist mir schon damals aufgefallen. Also ich habe mir verschiedene Preisverläufe von Galaxy S9 angeschaut. Und dementsprechend habe ich gesehen, okay, in den ersten Monaten, nachdem das Smartphone rauskommt, fällt der Preis extrem. Die UVP damals beim S10e speziell war jetzt 750 Euro. Und naja, als ich es mir dann gekauft habe, wäre der Neupreis 550 Euro gewesen, was schon 200 Euro Ersparnis sind, nach drei Monaten. Ich habe es mir allerdings gebraucht gekauft von jemandem, der es in seinem Handyvertrag hatte und das Handy nicht gebraucht hat und habe es dementsprechend noch mal günstiger bekommen. Damit kann man aber eher weniger rechnen. Dementsprechend richte ich mich jetzt hier nur nach Neupreisen, wie man sie im Internet bekommt. Bleiben wir noch kurz beim Samsung Galaxy S10e. Ich habe jetzt noch kurz die Samsung-Seite aufgerufen, hier speziell das Samsung Galaxy S10. Da sieht man schon, der Preis lag bei 750 Euro ungefähr. Wenn wir jetzt hier mal auf Idealo gehen, das ist einfach eine Preissuchmaschine, die kann den Preisverlauf bis ein Jahr in die Vergangenheit anzeigen. Dann sehen wir, dass innerhalb des letzten Jahres der Preis immer so zwischen 500-550 Euro, manchmal auch um die 400 Euro war. Aber im Mittel ist er immer noch um die 500 Euro. Und dementsprechend im Vergleich zum Kaufzeitpunkt, wo es 550 gekostet hat zu mir, ist es in den letzten eineinhalb Jahren nur noch um 50 Euro gefallen. Dementsprechend war das eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. Denn 50 Euro in eineinhalb Jahren Wertverlust bei einem Neugerät ist dann überhaupt nicht mehr problematisch. Bei manchen Geräten sieht man es ja, wenn man es direkt zum Neupreis kauft. Und dann würde man einfach nur einen Monat warten, fällt es ja zum Teil schon 100-200 Euro im Preis. Und wenn man einen Monat wartet, kann man sich das Geld natürlich sparen. Und dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, sich darüber zu informieren. Bevor wir uns jetzt das Samsung Galaxy S21 anschauen, das wahrscheinlich die meisten von euch interessiert, schauen wir uns erstmal den Vorgänger an, das Samsung Galaxy S20. Das hatte eine UVP von 900 Euro ungefähr, das Standard S20. Könnt ihr auch selber gerne nachschauen. Und wenn man jetzt hier auf den Idealo Chart schaut, dann sieht man am Anfang, dass es komischerweise irgendwie für 700 Euro Angebote gab. Aber ich sage mal, wenn wir da jetzt ein bisschen zurückgehen, ich sage mal so einen Monat später nach dem Release, sieht man schon, dass es für 700 Euro erhältlich war oder für um die 700 Euro. Vielleicht sind das auch nicht die seriössten Anbieter gewesen und irgendwelche Ebay-Neupreise, aber man konnte es zu diesem Preis erwerben. Da ich da jetzt aber doch ein bisschen skeptisch bin, würde ich nochmal einfach zwei Monate weitergehen. Und das heißt quasi, drei Monate nach dem Release konnte man das Samsung Galaxy S20 für um die 620 Euro erwerben. Das kann ich auch so bestätigen. Ich habe es mir eine Zeit lang im Geschäft angeschaut. Und beim Mediamarkt war das tatsächlich ein recht gängiger Preis, den man dann erwarten konnte nach drei oder vier, fünf Monaten. Man sieht jetzt hier, der Preis fällt auch noch ein bisschen. Allerdings, wenn man sich das so anschaut, fällt er nicht weiter unter die 600 Euro. Und dementsprechend kann man sagen, okay, nach drei Monaten hätte man zuschlagen sollen. So, beim Galaxy S21 könnt ihr jetzt sehen, liegt die UVP bei 850 Euro, also 50 Euro teurer als beim Vorgänger. Samsung selber sagt, sie sind billiger geworden, weil ich glaube, das ursprüngliche S20 mit 5G 900 Euro kostet und sie jetzt 850 Euro kosten. Aber es ist der günstigste Einstieg in die S21-Serie. Dementsprechend kostet es 850 Euro. Wenn wir jetzt hier den Preisverlauf ansehen, dann sehen wir schon, okay, es kam im Januar raus. Für 850 Euro, da passt das auch bei Idealo. Und wenn wir uns jetzt den Preisrutsch nach einem Monat anschauen, sehen wir schon, es ist 150 Euro im Preis gerutscht. Und seitdem ist es ziemlich stabil geblieben. Also man sieht hier noch Einzelangebote für 680 Euro und Co. Und den aktuellsten, den wir hier sehen, diesen Sprung nach unten, ich nehme an, das wird nur ein einzelnes Angebot gewesen sein. Davon kann man nicht ausgehen, aber man kann schon sagen, schon bereits nach einem Monat hatte das Gerät 150 Euro Preisverlust gegenüber der UVP. Und dementsprechend könnte man sich da schon überlegen, es sich zu holen. Und wenn wir jetzt nochmal uns die Händler anschauen, die es anbieten, sieht man schon, der erste ist Ebay. Gut, ob man es bei Ebay bestellen will, das ist jedem selbst überlassen. Das wäre jetzt hier für knapp 670 Euro. Wenn wir aber ein bisschen weiter runtergehen, sehen wir, dass Amazon jetzt auch für 716 Euro anbietet. Und ich würde schon sagen, dass Amazon ein sehr seriöser Händler ist, bei dem man bedenkenlos bestellen kann. Und da kann man sagen, jetzt ungefähr, ja, knapp drei Monate nach dem Release, kann man es für ungefähr 150 Euro günstiger halten. Und dementsprechend würde ich hier auch sagen, okay, das ist der Zeitpunkt, wo man zum Zuschlagen kann. Man kann auch noch einen Monat warten, aber ich glaube, extrem krass wird es im Preis nicht mehr fallen. Jetzt haben wir genug von Samsung. Schauen wir uns jetzt mal ein anderes High-End-Gerät an, und zwar das OnePlus 8 Pro. Das OnePlus 8 Pro ist ein High-End-Gerät wie das Samsung Galaxy S21. Allerdings ist es auch schon inzwischen ein Jahr alt, also man kann es mit dem Galaxy S20 vergleichen. Die kamen ungefähr relativ nah beieinander raus. Und hier können wir im Preisverlauf sehen, dass der Einstieg war, okay, bei 900 Euro. Also auch ziemlich hoch. Und wenn wir hier jetzt aber mal schauen, dann ist es nach den ersten drei Monaten kaum im Preis gefallen. Es ist dann eigentlich fast noch genauso teuer wie zu UVP, also dementsprechend ist es nichts mehr in der Ersparnis. Nach einem halben Jahr sieht es schon besser aus, da ist man so ungefähr bei um die 800 Euro. Dementsprechend 100 Euro Ersparnis. Und richtig Ersparnis macht man eigentlich erst nach ungefähr einem ganzen Jahr, wo man auch überlegen muss, möchte man das Gerät noch, wenn es ein Jahr alt ist. Ich selber hätte damit kein Problem, denn das sind immer noch exzellente Geräte und man muss sich da überhaupt keine Gedanken bezüglich der Performance machen. Aber manche wollen ja immer auf dem aktuellsten Stand sein. Wenn man es nach einem Jahr gekauft hätte, dann hätte man sich schon um die 150 Euro sparen können. Aber ich hätte tatsächlich beim OnePlus eher gesagt, okay, nach einem halben Jahr hat man ungefähr 100 Euro, vielleicht auch 120 Euro Ersparnis. Und eigentlich ist das dann der Zeitpunkt, wo man da zuschlagen sollte, bei diesem OnePlus-Gerät. Das kann man auch wieder aufs aktuell neuste OnePlus-Gerät wieder zurückbeziehen. Wie gesagt, das könnt ihr auch auch selbst denken wahrscheinlich. Ich denke mal, auch jeder von euch wird die Marke Huawei kennen oder Huawei. Hier speziell schauen wir uns das High-End-Gerät, das P40 Pro an. Hier gleich schon mal vorweg, es gab ja den US-Bahn, beziehungsweise dass Huawei keine Android-Dienste mehr auf seinen Geräten vorinstalliert nutzen kann. Das könnt ihr euch im Internet mal genauer nachschauen, was es damit zu tun hat. Ich selber würde momentan niemandem mehr ein Huawei-Gerät empfehlen, in Deutschland, beziehungsweise in Europa, da hier die Google-Dienste doch sehr relevant sind. Aber dementsprechend finde ich es trotzdem sehr interessant, wie sich dieser Preisverlauf erhält. Schauen wir da nämlich jetzt mal rein, sehen wir, dass die UVP des Geräts tatsächlich bei um die 1000 Euro lag. Und drei Monate später ist dann der Preis natürlich rapide gefallen, eben wegen diesem Android-Bahn. Hier haben wir schon fast 300 Euro Ersparnis gegenüber der UVP vom Hersteller. Und wenn wir das dann aufs ganze Jahr beziehen, konnte man es jetzt da ein Jahr später zur Hälfte der ursprünglichen UVP kaufen, was extrem krass ist. Aber das ist eben diesen Bann von den USA geschuldet, den der Mr. Trump damals ausgesprochen hat. Und dementsprechend ist das für den deutschen Markt einfach nicht mehr wirklich attraktiv zurzeit. Schauen wir uns nun die iPhones an. Ich fange jetzt hier auch erst mit dem iPhone 11 an, bevor ich mir dann das iPhone 12 anschaue. Hier können wir jetzt schon sehen, okay, ich habe es gerade eben rausgesucht, die UVP des Geräts war 750 Euro. Ich nehme an, in der kleinsten Variante. Und wenn wir jetzt hier die Preisentwicklung anschauen, dann sehen wir hier, okay, wir können nicht mehr bis zur Veröffentlichung zurückblicken. Die war ja irgendwann im Herbst des Vorjahres. Aber wir können jetzt hier sehen, ungefähr ganz links, wie der Preis war, zum Zeitpunkt, als das Gerät ungefähr ein halbes Jahr auf dem Markt war. Und das sind ja ungefähr knapp 100 Euro unter der UVP, also ist das iPhone wesentlich schwächer im Preis gefallen. Aber es ist auch im Preis gefallen, das war ja früher auch weniger so. Und wenn man sich dann anschaut, sieht man, dass es momentan so sich um die 600 Euro eingependelt hat. Viel weiter wird es auch nicht sinken, aber dementsprechend kann man auch im Kopf behalten. Das iPhone 11 hätte man ungefähr nach einem halben Jahr nochmal mit einer Ersparnis kaufen können. Und wenn wir uns jetzt noch das für viele Leute sehr relevante iPhone 12 anschauen, dann sehen wir jetzt hier bei Idealo, dass die UVP 900 Euro war. Und das iPhone 12 ist jetzt ungefähr auch fünf Monate oder sechs Monate auf dem Markt. Ich bin mir da jetzt nicht 100% sicher. Dann sehen wir aber, dass wir es jetzt schon für um die 720 Euro laut Idealo kriegen. Das sind ja 180 Euro unter der UVP. Man sieht auch, ungefähr nach drei Monaten ist es ja ungefähr um die Hälfte im Preis gefallen und ungefähr um 100 Euro. Dementsprechend könnte man schon sagen, okay, es lohnt sich da wirklich schon so ein halbes Jahr zu warten. Und wenn wir jetzt auch nochmal uns die Händler anschauen, hier sieht man schon eBay, 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 Clevertronic. Das sind so Händler, die ich nicht kenne und dementsprechend guckt man aber, ob ich was finde, das ich so kenne. Okay, ja, weiter unten sehen wir jetzt hier Real. Real ist zum Beispiel ein Händler, den kenne ich. Das ist dieser Supermarkt, den kennt ihr auch. Dann sieht man, okay, hier würde man noch 110 Euro sparen. Also dementsprechend, je nachdem, man könnte natürlich auch mal schauen, ob die zum Beispiel Clevertronic eine Garantie anbieten, dass es auch ankommt. Kann man es natürlich auch da bestellen. Also man könnte sagen, so 150 Euro Ersparnis hat man da auf jeden Fall. Wenn man jetzt ungefähr 5, 6 Monate gewartet hat und dementsprechend könnte ich sagen, ja, wenn ihr euch ein iPhone kaufen wollt, wartet ruhig das erste halbe Jahr und dann schlagt zu zu einem Preis. Und wie wir jetzt beim iPhone 11 gesehen haben, fällt es dann auch nicht mehr wirklich stark im Preis. Also das ist dann so nach einem halben Jahr eigentlich das Optimum, weil man sich so ein iPhone 12 holen sollte. Also fassen wir jetzt die Gesamterkenntnis zusammen. Ja, man kann auf jeden Fall extrem sparen, wenn man ein paar Monate wartet, wenn ein neues Gerät auf den Markt kam und es dann erst kauft. Bei den Samsung-Geräten kann man sagen, so nach 3 bis 4 Monaten ist der beste Kaufzeitpunkt. Bei anderen Android-Geräten kann man zum Teil sagen, okay, so ein halbes Jahr warten lohnt sich auch. Wenn man länger wartet, ist natürlich immer auch die Frage, ob man gleich auf das nächste Gerät wartet. Zumal die ja nach einem Jahr immer noch sehr aktuell sind. Und wenn wir uns die iPhones anschauen, dann denke ich auch, ist der ideale Kaufzeitpunkt so, ja, 4 bis 6 Monate nach dem Release. Das hat einfach damit zu tun, dass sie danach einfach kaum noch im Preis fallen. Das haben wir ja beim iPhone 11 speziell gesehen, das jetzt schon ungefähr eineinhalb Jahre auf dem Markt ist. Das ist die ersten 6 Monate schon ordentlich im Preis gefallen. Also ordentlich, bei Apple ist der Preisverfall ja immer nicht ganz so krass. Ja, aber danach ist es auch nicht mehr viel weiter gefallen im laufenden Jahr. Also dementsprechend Android-Lager sagen wir mal 3 bis 6 Monate, Apple eher so 5 bis 6 Monate warten, bevor man zuschlägt. Ich selber habe mein Samsung-Gerät ja auch nach der 3-Monats-Strategie gekauft, wenn ich die so nennen kann, und bin damit sehr zufrieden gewesen und gut gefahren. Dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, euch mal mit diesen Preisen selbst auch noch auseinanderzusetzen, bevor ihr ein Gerät kauft. Und ansonsten wünsche ich euch einen erfolgreichen Gerätekauf. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.